Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Alles klar, dann machen wir jetzt weiter mit den kognitiven Sachen. Das haben wir gerade schon mal gesehen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, sondern wir gehen relativ schnell durch. Okay, also Textverständnis machen wir zuerst. Ich glaube, da muss ich generell nicht allzu viel zu sagen. Es geht darum, eben einen Text sinnerfassend zu lesen, das Allerwichtigste rauszufiltern und dann eben verschiedene Fragen zu diesen Texten zu beantworten. Es variiert so ein bisschen von Jahr zu Jahr, ob man wenig Texte bekommt, die lang sind, oder mehrere kurze Texte. Ich weiß noch, bei meinem zweiten Antritt waren es weniger lange Texte, aber dafür glaube ich irgendwie fünf oder sechs verschiedene. Ich persönlich fand das irgendwie sehr angenehm, weil ich da gar keinen Zeitstress hatte. Ich konnte mir das wirklich, jeden Text habe ich mir ein bisschen dreimal durchgelesen und konnte alle Antworten auch mal durchgehen. Ist aber natürlich individuell sehr unterschiedlich, wie ihr das machen wollt. Genau. Der vorletzte Punkt ist eigentlich schon das Wichtigste. Ihr dürft nur Informationen benutzen, die in diesem Text stehen. Das heißt, sollte irgendein Text dort auftauchen, der zufällig über irgendein Thema geht, in dem ihr schon vertraut seid, dann müsst ihr versuchen, euer eigenes Wissen, das ihr mitbringt, auszuschalten und nur die Informationen zu verarbeiten, die ihr gerade präsentiert bekommt. Das heißt immer, welche Informationen sind aus dem Text ableitbar. Ist aber, glaube ich, soweit auch klar. Und je nachdem, wie ihr das machen wollt, entweder Text lesen, dann Fragen beantworten oder einmal kurz auf die Fragen schauen und dann den Text durchlesen. Ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Müsst ihr schauen, wie ihr das machen wollt. Ich habe jetzt einen Text für euch vorbereitet. Bei MetaT habt ihr 35 Minuten Zeit, um verschiedene Texte zu lesen und dann, ich glaube, es sind insgesamt zwölf Aufgaben zu diesen Texten zu beantworten. Ich habe jetzt wie gerade einen Text vorbereitet und ich würde mal, um hier ein bisschen zu simulieren, ja. Ja, also die Frage ist, kann es auch passieren, dass der Text sozusagen falsche Informationen enthält? Ist generell möglich? Ich kann mich jetzt an kein konkretes Beispiel daran erinnern, aber es wäre theoretisch möglich, dass du sozusagen da sitzt und denkst, das habe ich aber irgendwie mal anders gelernt. Vielleicht auch im Zuge der MetaT-Vorbereitung. Aber die Frage ist immer, welche Information ist laut dem Text ableitbar? Da musst du eben dein eigenes Wissen sozusagen abschalten. Okay, also ein Text. Ich würde sagen, ich gebe euch mal so ein bis zwei Minuten, um den einmal durchzulesen und dann habe ich drei Fragen zu diesem Text, die wir dann machen können. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf die Lösung auch gerne hier rausrufen. Okay, ziemlich eindeutig alle für B und ist auch richtig. So, dann haben wir schon die nächste Frage. Gut, was sagt ihr? E. Jawohl. Sehr gut. Gut. Einen haben wir noch. Jetzt ist es natürlich ein bisschen gemein, dass ihr nicht hin und her blättern könnt. Deswegen werde ich das gleich für euch einmal machen, weil es hier so ein bisschen darum geht. Jetzt muss man rechnen tatsächlich, obwohl Mathe gerade vorbei ist. Oh ja. So. Deswegen gehe ich jetzt einmal kurz zurück. Dann könnt ihr euch die Zahlen vielleicht nochmal anschauen. Okay, jemand an Idee? B. Okay. Stimmt auch. Genau. Also ist jetzt hier natürlich mit einem Text, der er präsentiert wird, relativ einfach. Hier haben wir auch keinen Zeitstress natürlich. Es ist generell ein sehr simpler Teil des Tests, den man aber trotzdem nicht unterschätzen sollte. Man kann sich auch gut darauf vorbereiten. Generell einfach viel lesen. Auch gerne irgendwelche, vielleicht nicht unbedingt wissenschaftlichen Artikel, aber vielleicht mal die eine oder andere Zeitschrift lesen, würde ich vorschlagen. Wo es vielleicht auch darum geht, irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gewinnen, dass man einfach sinnerfassend lesen lernt. Das ist so mein Tipp, den man dafür machen kann. Und vielleicht ein bisschen versuchen, das Ganze auch auf Zeit zu machen. Ansonsten ist das Ganze kein Hexenwerk. Und ich denke, wir müssen da auch nicht allzu viel mehr zu sagen. Da gibt es andere Testteile, wo wir jetzt noch mehr Tipps raushauen können. Und anfangen würden wir hier mit den Figuren. Deswegen will ich jetzt dem Arno das Mikro überreichen. Der kann euch dann auch direkt ein bisschen was zum kognitiven Teil und den allgemeinen Tipps sagen. Und ich komme dann später nochmal wieder. Bis später. So, hallo, ich bin der Arno. Ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt im vierten Jahr Zahnmedizin und bin auch im Referat für Studien- und Maturantenberatung wie der Team. Und ja, erzähle euch jetzt ein bisschen was zum kognitiven. Also generell einmal, ganz am Anfang stehen schon nochmal zwei große Mimimis. Das eine, ich lerne kognitiv nicht, weil es ein Intelligenztest ist. Das zweite relativiert das Ganze eigentlich eh schon, weil durch Üben schafft man das Ganze ganz gut. Also gerade später kommen wir noch zu dem Wortflüssigkeitsteil. Und gerade da habe ich selber gemerkt, am Anfang habe ich vielleicht drei, vier davon lösen können in der Zeit. Und am Ende waren es schon vier, fünf oder so. Ja, das Kognitive ist mindestens genauso wichtig wie der BMS-Teil. Das stimmt absolut, weil es halt auch eigentlich gleich viel wert ist. Also man kann damit einfach irrsinnig gut Punkte rausholen, gerade mit der Merkfähigkeit, weil eigentlich gibt es verdammt viele Methoden, die uns unser absolut toller Till nachher noch sagen wird. Aber mit denen kann man sich da ganz gut Punkte rausholen, die einem echt was bringen. Und Zahlenfolgerungen und Implikationen sind geschenkte Punkte. Ja, geschenkt ist halt sowas Relatives, aber die kann man auch sehr gut machen. Aber dazu kommen wir eh später noch. Ja, es macht sehr viel Spaß, diese Übungen zu machen. Also bei 36 Grad wüsste ich nichts Besseres als kognitiv zu üben. Und schauen wir mal rein, was gibt es als nächstes. Machen wir das da oder probieren wir es da? Genau, allgemein gibt es noch. Lasst euch beim Test nicht überraschen. Ja, ihr wisst, was kommt. Ihr könnt es euch zumindest anschauen auf der Liste. Dann könnt ihr das alles üben und dann wisst ihr ungefähr, was kommt. Wir bringen genug Beispiele. Also überraschen sollte euch eigentlich nichts mehr. Stärken und Schwächen. Ja, weiß man definitiv. Und wenn ihr eure Stärken eh schon kennt, dann müsst ihr die nicht weiter ausbauen noch. Um noch stärker zu werden, sondern kümmert euch eher mal um Schwächen. Und schaut, dass ihr da besser werdet. Und dann könnt ihr hinten nach noch immer eure Stärken weiter ausbauen. Pausen wirken Wunder ist sowieso. Ja, also einige von euch kennen es, die vielleicht, weiß ich nicht, was andere schon studieren und wissen. Dann sitzen sie, keine Ahnung. Also ich bin letztens erst wieder von 8 bis 22 Uhr, war mein Plan in der WU-BIP zu sitzen und zu lernen für die SIP. Und in Wahrheit war es dann nur bis 7 oder 8, weil mich die Folien einfach so deprimiert haben. Und ich dazwischen halt keine Pausen gemacht habe, sondern dachte, ich habe eh keine Zeit für Pausen. Aber in Wahrheit motiviere ich das nochmal viel mehr. Lernt auf Zeit. Zeit, sowieso klar, weil ihr habt bei Medatee halt nur begrenzt Zeit. Und deshalb schaut, dass ihr euch möglichst, also am Anfang, wenn ihr eine Übung neu anfangt, dann klar, macht euch einmal damit vertraut. Und schaut, dass ihr das ungefähr checkt. Aber in Wahrheit macht es euch am meisten Sinn, wenn ihr wisst, wenn ihr ein Gefühl für die Zeit bekommt. Weil ihr dürft ja nicht einmal eine Uhr mitnehmen. Und deshalb schaut, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt und dann geht das schon. Stresst euch nicht. Ja, das ist sowieso klar. Gutes Beispiel gerade bei mir, was ich gemerkt habe. Ich habe die Medatee insgesamt dreimal gemacht. Also, irgendwer von euch wird mich vielleicht noch toppen können. Aber ich habe auf jeden Fall am Anfang gemerkt, ich habe mich wahnsinnig, also ich habe gemerkt, wie sich die Leute um mich herum wahnsinnig gestresst haben beim manuellen Teil, also beim Drahtbiegen. Apropos kurze Frage, sind Zanis unter euch? Also kommende. Eins, zwei. Sehr gut. Ja, das ist gerade beim Drahtbiegen ist einfach, der Draht muss halt Plan auflegen. Und da haben die Leute neben mir teilweise irgendwas dahergebogen und andere haben sich extrem gestresst dadurch, dass die so schnell fertig waren. Dafür ist der Draht aber dann nicht Plan aufgelegen, sondern so abgestanden. Also stresst euch einfach nicht. Kümmert euch wirklich nur um euren eigenen Zettel und dann haut das alles eigentlich ganz gut hin. Wenn ihr was nicht wisst, dann ratet es, aber ratet sinnvoll. Also natürlich mit Ausschlussprinzip könnt ihr ein paar Antworten meistens eh schon ausschließen. Und dann, wenn ihr raten müsst, dann ratet es nicht zum Beispiel einmal A, einmal D, einmal C oder so, sondern mir hat es ganz gut geholfen oder mir haben ein paar Leute gesagt, es hilft ganz gut, wenn ihr euch an einen Buchstaben haltet, weil die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ihr den dann trefft. Ja, selten keine Antwortmöglichkeit ist richtig. Also statistisch gesehen können es genauso oft vorkommen wie die anderen, aber ja, erfahrungsgemäß nicht unbedingt. Ein Plan B zurechtlegen ist immer gut, weil wenn ihr das Ergebnis bekommt von Medathe und ihr habt es nicht geschafft, dann ist sie meistens die Anmeldefristen für andere Studien zum Beispiel schon vorbei. Oder wenn ihr euch dann erst überlegt, irgendwas... Wie gesagt, ich habe den Medathe dreimal gemacht und habe dazwischen zwei Jahre gearbeitet und im ersten Jahr die Ausbildung zur Assistentin gemacht. Und das war ein ganz cooler Plan B, weil ich so jetzt weiß, dass ich es wirklich machen will, mein restliches Leben. Also, ja, haut ganz gut hin und andere Studien haben mich halt einfach nicht interessiert. So, jetzt kommen wir zum Thema, wo wir eigentlich hinwollen. Figuren zusammensetzen. Es können diese vier Formen sein, also Kreis, Halbkreis, Viertelkreis, viele Ecke können es auch sein. Also es kann jetzt einfach 5, 6, 7, 8 Eck sein. Das werden wir dann schon sehen. Es kommt aber immer eine ganze Figur raus, also es fehlt einfach nichts. Ja, klar. Keine Spiegelungen, also es wird nicht sein, dass ihr, es sehen später noch die Teile, also dass ihr euch die dann spiegeln müsst. Ihr werdet sie euch aber drehen müssen. Aber dazu kommen wir dann. Winkel lernen, da sind wir bei der nächsten Folie erst. Einzeichnen genauso und Apps Tangram, die ist, soweit ich weiß, gratis. Die könnt ihr euch runterladen und mit der kann man das eigentlich sehr gut üben und bekommt ein gutes Gefühl für das Figurenzusammensetzen und ein Auge dafür. So, Winkel lernen. Das ist eine verdammt schöne Folie eigentlich. Sehr beruhigend. Soll ich aber zeigen, dass ihr einmal einschätzen könnt, irgendwann einmal, wie groß ist der Winkel von der Figur, die da jetzt aufgesplittert ist. Und dann könnt ihr nämlich meistens ein, zwei von den Figuren, die dann unten zur Auswahl stehen, auch ausschließen. Und das Ganze ist hier noch einmal ein bisschen näher, sage ich jetzt mal, belichtet. Und jetzt ist es auch wirklich belichtet. Also, wenn ihr jetzt hier euch diesen Winkel anschaut, kann das zum Beispiel der schon einmal überhaupt nicht sein. Wenn ihr die alle da einmal durchgeht, ist es am wahrscheinlichsten dieser Winkel. Und deswegen, ja, ist diese Folie auch einmal drin, dass ihr euch das auch einmal anschaut. Und wisst, wie ihr das am besten einschätzt, die Winkel, und dann nach dem Ausschlussprinzip weiterfahrt. Gut, das Einzeichnen. Ich würde sagen, diese Folie nehmen wir gleich einmal kurz zur Übung. Schaut euch das einmal an und wer dann als das Erste weiß oder wer nervös wird und das rausschreiben möchte, kann das gerne tun. Okay. Lassen wir den einen an und anderen ein bisschen Zeit. Gut. Ja, das Einzeichnen, du hast natürlich vollkommen recht mit A. Das Einzeichnen funktioniert relativ easy. Ihr nehmt euch diese Figur, nehmen wir uns zum Beispiel da diese Kleine zum Beispiel. Diese Kleine meine ich. Und die fügt ihr euch dann hier hin, zum Beispiel an ein anderes Segment, wo es Sinn macht. Und das Ganze macht ihr mit allen Figuren. Und dann seht ihr auch, was da ungefähr rauskommen kann. Bitte. Was, die Linie verlängern. Achso, naja, ihr dürft euch in dem Testheft Notizen machen, also dürft ihr euch auch was reinzeichnen. Die Frage war, ob man in dem Testheft, also bei den Formen, die dort sind, die Linien, diese Kanten verlängern kann. Also grundsätzlich ja, wenn du die Notizen reinmachen darfst, wird das sicher auch möglich sein. Oder du darfst dir, wie gesagt, auch so reinzeichnen, darfst du auch. Gut. Dann gehen wir direkt einmal zum nächsten Beispiel. Bitte. Achso, ich dachte, dass du es nachzeigen, einfach verlängern mit dem Zeichner willst. Es wird dich ziemlich sicher niemanden stoppen, weil da sitzen relativ viele Leute und das müsste erstmal wer sehen. Habe ich jetzt nicht offiziell gesagt. Schneid das raus. Also grundsätzlich solche Sachen, wenn es nicht ausdrücklich irgendwo steht, dass es verboten ist, dann könntest du es auf jeden Fall mal. Und das Testheft, das ist wie bei der siebten Testheft, schaut sich wahrscheinlich kein Mensch wirklich an. Wichtig ist der Auswertungsbogen, also der Prüfungsbogen. Wie gesagt, schneid das raus. Okay. Mal gehen wir eine Antwortmöglichkeit rausschreien oder einfach so irgendwelche Buchstaben. Matthäus. Okay, danke. Er hat leider recht. Es ist, ich habe auch gleich einmal die Linien eingezeichnet, gestern am Abend noch, damit man gleich einmal sehen kann, durch dieses Einzeichnen, diese Möglichkeit, wie die Figuren da am besten reinpassen. Okay. Als nächstes habe ich ein bisschen was Schwierigeres. Da habe ich es lange gebraucht und dann habe ich es gegoogelt. Also, ich würde da jetzt so, also ich bin auch gestern da eigentlich so vorgegangen, C und D würde ich einmal anhand der Anzahl und der Größe der anderen beiden, also der vier gegebenen Figuren, eher ausschließen, weil das einfach irgendwie nicht rauskommen kann. Und jetzt ist eine Fifty-Fifty-Chance. Bitteschön. Okay. Noch einmal, bitte. Ja, gut, aber... Also, noch einmal für alle. Der Einwand war, dass die Antwortmöglichkeit, also die Figuren auch vergrößert oder verkleinert werden können dann, weil sonst würde es bei A und B auch nicht reinpassen. Ja, aber... Wie gesagt, wenn man sich die vier Figuren, die da oben sind, die Segmente anschaut, also mir persönlich würde es eher einfallen, dass die Antwortmöglichkeiten C und D wahrscheinlich nicht drin sind. Es kann natürlich auch falsch sein. Also, bitte? Ich weiß nicht, ist das eine Frage oder eine Antwort? Okay, du sagst, es ist A. Es ist B. Ja, und noch einmal eingezeichnet. Ja gut, Fifty-Fifty-Chance, kann man auch einmal verhauen. Ja. Mag noch wer irgendwas dazu einwenden? Matthäus? Gut, also, wie gesagt, schaut, dass ihr euch die Figuren einfach dreht und möglichst irgendwo einzeichnet und schaut euch die Winkel an, übt es und dann haut es ziemlich sicher hin. Und jetzt gebe ich weiter an den... Ja, ich hätte A gesagt. Kurz zu mir. Hi, ich bin Till, zweites Jahr Humanmedizin und ich erzähle euch heute was über Gedächtnis und Merkfähigkeit. Kann ich hiermit weitermachen? Cool. Direkt mal kurz zum Anfang. Und zwar ist es so, dass sich dieses Jahr das ein bisschen verändert hat mit der Reihenfolge. Es ist so, dass bisher es war, dass die Implikationen mit der Wortflüssigkeit getauscht waren. Das bedeutet, die haben das jetzt die Wortflüssigkeit in die, zwischen die Lern- und Prüfphase von dem Test gemacht. Das heißt, da vergeht jetzt mehr Zeit. Also, das sind jetzt 35 Minuten, wenn ich das gerade richtig ablese, die man hat, um sich das sozusagen noch einzuprägen oder wo es eigentlich zerstört werden soll. Also, darauf bitte einstellen. Ich weiß nicht, ob das alle wussten. Aber, passt schon. Cool. Hier sieht man es nochmal genau, umrandet. Gut, zum Untertest selber. Ich entschuldige mich übrigens ganz kurz, ich bin ein bisschen verschnupft, aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen, darüber zu sprechen, weil es ist mein absoluter Lieblingstest. Klingt blöd, aber der Vorteil davon ist, beim BMS hat man irgendwann das Thema ausgeschöpft, sage ich mal. Also, ich bin mir sicher, da sind alle etwa auf dem gleichen Niveau und es bringt zum Beispiel nichts, einen Doktor in Chemie zu haben oder so, weil da kommen einfach nicht tiefer gehende Fragen. Und wenn alle auf dem gleichen Niveau sind, alle die Fragen irgendwo gleich beantworten können, ist es eher der KFF-Teil und in diesem Fall der Merkfähigkeitstest, wo man rausstechen kann. Der Arno hat vorhin was zu Stärken und Schwächen gesagt, das war sicherlich meine Stärke. Meine Schwäche war zum Beispiel Physik, also ich habe auch eben kein Wort verstanden, genau wie bei Mathe. Und ich habe, ich glaube, bei Mathe die Hälfte geraten, es hat gepasst. Jetzt stehe ich hier und rede drüber, von daher seht ihr es auch ein bisschen locker. Dieser Test ist richtig cool, man hat ein irres Lernpotenzial und das Üben, also ich habe, wenn ich geübt habe, ich habe dann irgendwann am Ende, so in den letzten paar Wochen, jeden Tag so einmal eine komplette Simulation sozusagen von dem Ding durchgemacht und das war immer eigentlich richtig cool, weil man irgendwie den Effekt davon sehen kann oder einfach merkt, dass man die Antworten dann drauf hat. Und ja, die Kreativität ist natürlich ganz groß gefragt und es ist einfach ein bisschen locker zwischendurch, weil man ein bisschen Spaß auch dabei haben kann und auch besonders im Test selber noch, ich weiß, das klingt völlig bekloppt, ihr sitzt dann habt gar keinen Bock mehr, eigentlich schon bei dem Teil, weil es ist nach der Mittagspause, aber ja. Und wie noch mal gesagt, zum Highlighten, es ist ein Vorteil gegenüber anderen, weil, ich behaupte mal ganz frech, zumindest war es so bei mir, wenn man beim Testtag, man ist natürlich gestresst und ich glaube aber, dass man das Wissen eher noch irgendwo drin hat und beim Chemie und Bio dann einfach noch ankreuzt, ja, das weiß ich schon, aber wenn man durcheinander kommt bei dem Test, dann haut man hier halt richtig Punkte weg und wenn man da die Nerven behält, dann ist das schon irgendwo ganz gut belohnt. Es ist natürlich ein bisschen zu spät, sage ich mal, um eine ganz neue Methode wahrscheinlich anzufangen und viele von euch werden, die ich jetzt gleich erzählen werde, schon kennen. Ich werde ein paar Tipps dazu noch geben. Ich habe sie mit großem Erfolg angewendet und benutzt sie sich heute noch. Wir hatten gerade so viel mit Pharmakologie und ehrlich gesagt, also jetzt nicht mehr mich abfragen, aber es ist was hängen geblieben und es ist doch ganz, ganz cool. Man kann das ziemlich schnell und gut trainieren. Innerhalb von einer Woche habe ich gedacht, wow, hätte ich nicht gedacht. Aber hey, man sollte es ein bisschen langsam angehen, deshalb ist das eher jetzt für die Videobotschaft, sage ich mal. Und wie schon gerade erwähnt, es bringt später auch noch was. Ist natürlich absolut nicht die einzige Methode und wenn ihr jetzt irgendwie eine andere Methode benutzt und sagt, ja gut, ich würde jetzt nicht so gerne nochmal wechseln, völlig in Ordnung. Ich habe sie benutzt, ich würde sie gerne vorstellen, ich werde nicht alle anderen vorstellen, weil es wird ein bisschen zu lang dauern. Und sie ist eben sehr individuell. Das heißt, es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt viele Wege. Die Loki-Methode. Kurz dazu, es ist quasi ein imaginärer Raum oder Weg, wo man bestimmte Fakten, die Fakten, die ihr da auf den Allergieausweisen habt, ablegt. Und man wandelt sozusagen in Gegenstände um oder in Personen, das ist ganz praktisch, und schafft damit diesen, vielleicht hat einer von euch, der Mentalist oder so gesehen, da geht es ja immer darum, der weiß ja immer alles und der hat so einen Gedankenpalast und da denkt man, ja, das schaffe ich nicht. Niemals. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, natürlich immer ein bisschen verschönert, aber es funktioniert doch irgendwo. Es ist eine räumliche Vorstellung. Am besten ist es natürlich eine super bekannte Umgebung. Das bedeutet, das Haus eurer Großeltern, eurer Eltern, vielleicht die alte Schule, wenn ihr die cool fandet oder so. Wichtig ist, dass da viele Details hängen geblieben sind. Also das hier, wenn ihr in euren Kopf geht und euch denkt, ja, okay, vielleicht könnt ihr sogar den Knauf der Schublade noch irgendwie wissen und wissen, wie der sich anfühlt, wie der aussieht. Farben helfen immer. Wie gesagt, da gibt es nicht Plan A oder so, sondern es gibt viele. Wir kommen direkt mal zu den Allergieausweisen. Es fängt an mit dem Profilbild. Ach so, ganz kurz, der Typ da, ich weiß nicht, kennt den irgendwer? Ja, ganz witzig, er heißt Loki, natürlich, ja, und ich werde euch jetzt gleich so ein paar depperte Bilder zeigen, wo ihr denkt, Alter, so ein Idiot, was zeigt er uns die Bilder? Aber, was man bei diesem Untertest trainieren kann und was wirklich hilft, ist, zu den einzelnen Wörtern, wenn euch irgendein Wort unterkommt, dass ihr einfach blitzschnell eine Assoziation dazu findet. Bei mir ziemlich simpel, der Typ heißt so, ja, und der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich da jetzt irgendwie denke, Loki-Method, aha, cool, der Typ. Und das könnt ihr auch im Test ziemlich erfolgreich anwenden. Genau, Profil wird zum Beispiel der Typ, lange Haare, ja, fettig, so eine andere prägnante Aufwertigkeit, der grinst ein bisschen blöd, das wird natürlich im Test selber nicht so aussehen, aber manche haben eine Brille, manche haben große Augen, schiefe Nase, vielleicht eine Brille, äh, eine Nabelschirung, hier so auf der Stirn, das ist ziemlich einfach. Oder haben die ein Vollbart, haben die eine Kurzhaarfrisur, Schmuck, tragen sie manchmal noch Ohrringe oder sowas, ist natürlich ein bisschen detailliert, sollte man sich jetzt eigentlich auch allzu sehr drauf verlassen. Aber was mir noch geholfen hat, ist eine eventuelle Assoziation zu Bekannten oder berühmten Personen. Und das ist wirklich cool, weil davon kennt ihr viele, ob es jetzt aus eurer Lieblingsserie ist oder irgendein Politiker oder sowas, da findet man immer irgendwen. Die Mimik ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel weiß, da war jetzt eine Person, die hat gelacht oder so, dann ist das ganz, also sticht das sehr heraus und hilft vielleicht später bei Fragen zu eben genau dieser Person. Das Alter kann auch manchmal eine Rolle spielen, aber dass da Kinder oder sehr alte Menschen vorkommen, ist mir jetzt nicht so geläufig, aber ja. Gut, der Name. Hier ist es ganz praktisch, weil man hat eine große Freiheit und für den ganzen Test gilt erstmal, egal was ihr euch vorstellt, je bescheuerter das ist, desto besser. Und hier ist genau diese Sache, wenn ich jetzt irgendwie zwei Leute bitte, sich für einen Namen eine Sache zu merken, werden das sicherlich zwei komplett verschiedene Dinge sein, weil die einfach ganz andere persönliche Erinnerungen haben. Als Beispiel haben wir da Mesquat, ja, und was ich total cool finde oder ganz praktisch ist, dass man einen Namen, wenn du jetzt das ganze Wort hast, dann denke ich mir irgendwie, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel und dann spaltet man einfach diesen Teil ab, dieses Watt, ja, ihr kennt sicherlich die Oma da und das ist, das sitzt, also es ist so, aha, klar, man muss natürlich in dem Moment, wenn man dann den Namen liest, denkt, im Moment mal, den kenne ich gar nicht und dann guckt man, aha, ist da vielleicht irgendwas, was ich abspalten kann, dieses Watt, ja, das wird nirgendwo anders sein. Ihr müsst natürlich einmal kurz checken, dass da nicht das nochmal vorkommt, aber das sitzt, dann denkt ihr euch immer diese Oma, die euch das anguckt, so, ja, okay, passt. Dasselbe bei hier, Ski oder Klostner, kann man zu Kloster umwandeln, ja, Doko, Rittke, also das sind, wie gesagt, die Namen, ihr wisst das bestimmt, sind immer völlig, völlig durcheinander und zum Beispiel Doppelkopf, das weiß ich nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Kartenspiel, was ich sehr, sehr gerne spiele, abgekürzt Doko, das ist die erste Assoziation, die kam sehr spontan, wie gesagt, man kann das trainieren und die bleibt dann hängen und ich weiß, wenn ich irgendwie dann in meinem Weg irgendwo ein Doppelkopfkartenset habe oder halt diese Oma da mich anguckt, dann weiß ich genau, zu welcher Person ich das assoziiere. Es funktioniert. Zum Geburtsdatum, da gibt es ein bisschen eine andere Methode, weil das Problem ist, dass man sich diese ganzen Zahlen und es kommt ja auch noch die Ausweisnummer, nicht so leicht merken kann. Stattdessen ersetzt man hier die Zahlen und macht da Buchstaben draus. Wichtige sind nur Konsonanten und jetzt ergänzt man dann mit Vokalen diese Konsonanten zu ganzen Wörtern. Welche Buchstaben ihr nehmt, das ist euch überlassen. Ich habe jetzt hier als Beispiel, könnt ihr übrigens auch mit dem Skript, unserem ÖH-Skript, da ist das ein bisschen detaillierter noch erklärt, mit ein paar Beispielen. Wir haben jetzt zum Beispiel für die 1 das T und für die 0 das S und da haben wir dann das T und S und dann machen wir noch A und E, um ein Wort zu bilden, was irgendwie auch ein einfaches Bild hergibt, eine Tasse oder Hefel, sorry, ich bin Deutscher. Das kann man sich dann ziemlich gut vorstellen, einfach eine Tasse mit irgendwas drin, weiß nicht was, Almdudler oder so. Wichtig ist auch, dass ihr noch sagen müsst, dass ein Doppeltagkonsonant immer noch für eine Zahl steht, also dass ihr die Regel beibehaltet. Ihr könnt nicht in dem Beispiel sagen, ja, das steht jetzt für eine 0 und dann beim anderen das aber zu zweien machen, weil sonst kommt man irgendwie ein bisschen durcheinander. Für einen Monat relativ simpel, es gibt 12 Monate, da hat man dann Assoziationswort. Wichtig ist, dass man sich hier vorher Wörter dafür aussucht und die auch im Test beibehält. Und die dürfen sich nicht überschneiden mit anderen Begriffen, die ihr euch vielleicht schon vorher überlegt habt. Zum Beispiel für einen Jänner, einfach weil es sich irgendwie ein bisschen reimt, Penner. Und wenn ihr dann da irgendwie jemanden habt, der im Jänner halt Geburtstag hat und ihr diesen Raum gerade betretet in eurem Kopf und da sitzt halt ein Penner in der Ecke, sorry, und der stinkt oder sowas, dann ist das doch irgendwo prägnant. Februar, Schneeglöckchen, weil die da irgendwie rauskommen, geht bessere Assoziationen. Ich habe da jetzt irgendwo ein bisschen nachgedacht. Ihr könnt auch einen Zwerg da reinsetzen und eine kleine Person, weil der einfach relativ kurz ist. Aber wie gesagt, das ist halt diese individuelle Freiheit, die man da hat. Und am Ende kombiniert man das, das Bild des Monats plus die Zahlen und dann hat man da den Geburtstag in kompakter Form irgendwo abgelegt. Bei auffälligen Daten, zum Beispiel Weihnachten, muss man das eventuell ganz ersetzen oder stellt sich irgendwie, ich weiß nicht, einen Tannenbaum vor oder so. Aber ein bisschen aufpassen, weil das kann, wie gesagt, zu Überschneidungen kommen und dann kommt man irgendwie durcheinander. Gibt zum Beispiel ein Neujahr, Silvesterraketen ist jetzt ganz praktisch, aber ja, das macht ihr schon. Medikamenteneinnahme ist wieder einer der simpleren Sachen. Ihr habt ja verschiedene Räume eben, die ihr euch vorstellt und in jedem dieser Räume, das überlegt ihr euch alles vorher, gibt es eine Sache, die je nachdem, ob die Person Medikamente nimmt oder nicht, anders funktioniert, aussieht, offen geschlossen, beispielsweise, ich habe in meinem imaginären Weg einen Garten und da ist ein Springboden drin und wenn jetzt eine Person, die in diesem Garten da gerade abgelegt wird, sozusagen mit den Fakten, Medikamente einnimmt, dann sprudelt der. Andere Beispiele wären eben, der Herd ist eingeschaltet, der Fernseher läuft, die Rollern sind ober oder unten, die DVDs sind im Kasten oder auch nicht im Kasten, da kann man dann auch sich vorstellen, wenn man zum Beispiel eine andere Person fragt, ob die da jetzt drin sind und man muss sich eben genau vorstellen, sie sind drin, ergo die Person nimmt Medikamente, fertig und weiter. Kurz machen und in die Geschichte einbauen. Blutgruppe, zum Glück gibt es nur vier, im Studium kommen noch ein paar mehr, aber ihr braucht nur diese vier. A, B, Null und A, B, da habe ich es relativ simpel gehalten. A steht für Ameisenangler, irgendetwas, irgendwie gesagt, wieder acht aufpassen. Wenn ihr euch jetzt für den Jenner, den Angler vorstellt, könnt ihr nicht auch für die Blutgruppe A denselben Begriff nehmen. Blutgruppe Null fand ich ganz praktisch, das ist ja Ouroboros, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, das ist so ein Zeichen der Alchemisten, aber klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt auch wieder so etwas komplett Unikates, ich glaube nicht, dass das sich irgendwer anders sonst irgendwo einbaut in die Geschichte oder eine Pizza, passt auch. Ja, genau, A, B, Ameisenbär, sucht euch irgendwas aus, nehmt was Eigenes. Allergien, jetzt wird es interessant, gleich kommen wir eh zum schwierigsten Teil, aber vorher kommen auch die Allergien, das kann man sich meiner Meinung nach ganz gut bildlich vorstellen. Soja, könnte eine Sojabohne sein, wow, Gluten, ein Brotlaib oder ein Aspirin, ein Glas mit spudelnder Tablette, kann man auch immer kombinieren und hat da generell sehr viel Freiheiten, weil da kommen Sachen wie Apfel, da kommen Sachen wie Spinnen oder sowas, aber es kommen halt gerade Meta-Tee-Sachen wie Pappel oder Glucose, Fruktose, Laktose oder so, da kann es sein, oh ja, warte mal, Zucker, 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 Scheiße, wie war das nochmal? Glucose kann zum Beispiel dann, weiß ich nicht, was ein Riegel sein oder so, Fruktose, Apfel plus, irgendwie ein Zuckerwürfel oder so habe ich mir das vorgestellt, Laktose, einfach Milch dazu, aber wirklich irgendwie vorher ein bisschen gucken, was so vielleicht bei Altfragen oder so, dass ihr da irgendwo seht, ja, das kam vielleicht mal dran oder sowas, wie gesagt, wir hatten die Zitterpappel, glaube ich, oder zwei verschiedene Pappelarten mal vor zwei Jahren, ein bisschen vorsichtig sein und hier ist es eben von Vorteil, wenn man einfach schnell oder wenn man trainiert hat, schnelle Assoziationen zu finden. Ausstellungsland, ich habe da immer ganz gerne Personen eingesetzt, wenn ich jetzt irgendein random Land sage, zum Beispiel nehmen wir mal Russland oder so, wird sicherlich jede Person irgendwie an Putin denken, könnte sein, vielleicht an Wodka, irgendwas, ja, das kann sein, das kann absolute Klischees sein, Klischees sind richtig, richtig gut, die Schweiz, Toblerone, Österreich, oh, das muss ich aktualisieren, ich sehe gerade, das stimmt gar nicht mehr, Frankreich, ja, Baguette, also ich meine, ich habe die Franzosen echt gern und ihre Schnecken auch, aber nehmen wir einfach mal ein Baguette in die Hand oder vielleicht das klassische Bild mit diesem gestreiften Hemd und der Mütze, das sitzt, also das geht schon echt gut. Wenn man ein Flaggenfreund ist, kann man sich auch gerne die Flaggen vorstellen oder eben, wenn man Kollegen hat oder Freunde, wo man sagt, ja, der ist für mich der typische Kanadier, der isst nur Ahornsirup mittags, stellt den da hin in die Geschichte, stellt den hin und stellt euch vor, was macht der Trottel hier? Ich schreibe doch gerade den Metatee. Genau, bei unbekanntem Land, es kommen halt keine Fake Länder, also das Phantasialand wird da nicht auftrauchen, aber, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, ob jemand von euch, warte mal, Bhutan kennt, kleines Land in Asien, nicht böse gemeint, falls jemand daherkommt, kennen einfach nicht die meisten und da kann man sich dann, Bhutan, ja gut, Butter passt, nehme ich und weiter. Kann man auch trainieren, wie gesagt. Ich habe hier ein paar Beispiele, wo ihr das mal trainieren könnt. Ich würde euch eine Minute pro Kart Zeit geben. Ich kann nicht kontrollieren, ob ihr Notizen macht, versucht es einfach mal, mit eurer Methode. Wir gucken hinterher mal, ob es funktioniert. Ich weiß nicht nur, nicht nur, nein, das geht nicht, Vielen Dank. 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 Gut, dann geht es jetzt wie im Test auch weiter mit den Zahlenfolgen. Kann es schon herkommen? Wir werden das gleich noch auflösen. Eine Frage, ja? Ja, also die Frage war, ob Fakten verknüpft werden können. Entschuldigung, ich wiederhole es einmal. Das bedeutet, wenn da die Frage kommt, welche ist die Person, die Blutgruppe 0 und am so und sovielten Tag Geburtstag hat und es ist aber gar keine Person, ist eh richtig. Ja, das wird es auch geben. Also die werden nicht fragen, die werden nicht fragen, welche Person hat eine Allergie gegen Spinat und es ist nur eine einzige Person, die nur eine Allergie gegen Spinat hat. Nein, das wird nicht passieren. Die machen es schon ein bisschen tricky, die kombinieren verschiedene Sachen, hauen da drei Allergien raus. Du meinst, dass ein Fake-Name eingeschleift wird? Das habe ich noch nicht erlebt, wüsste ich nicht, dass das passiert. Aber kann passieren, wenn dir der Name nicht bekannt vorkommt, dann schmeiß ihn raus. Da war noch eine Frage? Zu was, Entschuldigung? Ja, Loki, ja, Loti. Die Frage, genau, ob man zu jeder Information einen Raum oder zu jedem Raum eine Information, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich mache das so, dass ich mir zu jeder Person, also zu jeder Karte, einen Raum vorher aussuche. Ich habe, bei mir ist es zum Beispiel das Grundstück meiner Großeltern, kann ich verraten, sehr intim hier. Und ich habe das, es hat glücklicherweise viele Räume und Passagen und das ist nicht alles nur ein Haus. Zum Beispiel am Anfang fange ich an in der Einfahrt, das ist mein Raum 1. Und da habe ich acht Punkte markiert, wo ich von vornherein weiß, wo ich welche Informationen ablege. Zum Beispiel in den Briefkasten kommt der Name. Das ist für mich so Punkt 1, das weiß ich. Und da genau legst du das ab. Und du hast am Ende acht Räume mit acht Stellen, die klar irgendwo auch voneinander trennbar sind. Schubladen sind super, Schränke, wo du was drauflegst oder sowas. Und am Ende hast du dann sozusagen 64 Orte unterteilt in acht Räume und für jede Person einen Raum. Gibt es noch eine Frage? Nein? Dann gebe ich nochmal weiter an den Arno. Wir sehen uns gleich nochmal. Hallo, ich bin der Arno. Nein, das kann man überspringen. Also wir machen weiter mit den Zahlenfolgen, aber nur kurz, weil es geht ganz schnell. Ganz klar, Kopfrechnen üben. Ihr dürft es eh keine Taschenrechter verwenden. Also das ist eh selbstverständlich. Zwei- und Dreiersprünge, das ist ja gleich, falls nötig, dann beim Beispiel. Aber in Wahrheit, ja gleich beim Beispiel. Es kommen aber auf jeden Fall nur die vier Grundrechnungsarten und es kommen keine, ganze Zahlen sind. Also es wird dann nicht so sein, weil sie nicht elf durch zwei oder sowas. Es gibt keine Tipps außer üben, arbeitet mit Schwierigen. Ja, genau. Dann fangen wir gleich mal an. Was ich da jetzt mit den Zweier- und Dreiersprüngen gemeint habe, ganz kurz, ist zwischen der 12 und der 17 kann jetzt eine Rechnung passieren oder es zielt darauf ab, dass ihr euch die Rechnung anschauen müsst zwischen der 12 und der 51, das ist mit zwei und dreiersprünge, aber es wird nicht zwischen der 12 und der 39 was sein. Bitte. Bitte noch einmal. Mal eineinhalb. Tatsächlich. Das ist mir sehr neu. Also meine Infos sind, dass es mit ganzen Zahlen ist. Mag wer von euch schon noch was loswerden? Ja? Okay. Mag jemand auch sagen, wie ihr dazu gekommen seid? Bitte. So ist es. Plus fünf mal drei minus zwölf. Wie gesagt, nur kurz. Und wir sind bei den Implikationen. Wirklich nur ganz kurz. Implikationen, genau. Und zwar, ich habe mal hier ein kleines Bild eingefügt, was viele Leute, glaube ich, haben, wenn sie an Implikationen denken. Weil ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, Implikationen ist etwas, das fällt einem entweder total leicht oder man kommt da so gar nicht mit klar. Deswegen einfach mal so aus Interesse. Wer hat hier so ein bisschen Schiss vor Implikationen? Gut. Sind tatsächlich nicht so sonderlich viele, was ganz gut ist. Da müssen wir jetzt nämlich nicht ganz so detailliert besprechen, wie ich es erst vorhatte. Aber ich wollte es ein bisschen davon abhängig machen, wie praktisch das hier ist. Also generell sind Implikationen sehr gut trainierbar, weil es einfach reine Logik ist. Wenn man nicht gut mit, weiß ich nicht, mit Zahlen kann, nicht gut mit Formen kann, dann ist das halt immer schon so ein bisschen blöd. Kann man natürlich auch trainieren. Aber die Implikationen sind halt wirklich reine Logik. Ja, wie es aufgebaut ist, wissen wir, glaube ich, alle. Ihr übt ja auch schon alle fleißig. Zwei Prämissen sind gegeben. Die müssen wir als wahr erachten. Egal, was da für ein Blödsinn steht. Die sind für uns wahr. Und wir müssen einen logischen Schluss daraus ziehen. So, ich habe jetzt hier etwas aufgeschrieben. Das nennt sich Quantoren. Und ich finde, das ist alles schön gut. Mich persönlich, die ersten machen schon Bilder. Das Ganze wird ja auch wieder online gestellt, wenn du das hier Bescheid wisst. Können natürlich trotzdem Bilder machen. Mich persönlich verwirrt sowas immer mehr, als es mir hilft. Deswegen habe ich mal das markiert, was hier relevant ist. Und zwar sind das die letzten drei Aussagen. Und zwar ist es immer, immer, immer so, dass die Aussagen alle und einige nicht konvers sind. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass ich vom einen nicht auf das andere rückschließen kann. Und ich habe hier direkt ein Beispiel gemacht. Bei diesen Beispielen habe ich jetzt ganz bewusst Beispiele aus der Realität gewählt, die auch stimmen. Wie gesagt, bei Implikationen müssen wir sonst die Prämissen immer als gegeben und wahr annehmen. Egal, ob da steht, alle Katzen sind Hunde oder sonst irgendein Blödsinn. Hier habe ich jetzt extra wirklich wahre Beispiele genommen, weil es ein bisschen leichter ist, das nachzuvollziehen. Alle Menschen sind Säugetiere. Ja, stimmt. Und jetzt drehen wir es um. Alle Säugetiere sind Menschen. Nö, stimmt nicht, denn es gibt noch andere Säugetiere. Also, immer wichtig, alle ist schon mal nicht invers. Und einige nicht genauso. Einige Menschen sind nicht Männer. Ja, stimmt, denn es gibt auch Frauen. Aber umgekehrt, einige Männer sind nicht Menschen, ist falsch. Wie gesagt, immer jetzt hier auf diesem Level, dass wir uns in der Realität bewegen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Umgekehrt, keine und einige sind, die beiden Aussagen sind umkehrbar. Das heißt, wenn ich sage, keine Menschen sind Fische, dann sind auch keine Fische Menschen. Die Aussage kann ich immer umdrehen. Und entsprechend, einige Menschen sind Frauen, stimmt. Und einige Frauen sind Menschen, stimmt auch. Und das ist das, was viele Leute nicht so ganz verstehen, weil einige bedeutet quasi eine abgeschwächte Form von alle. Einige heißt immer, mindestens eine Person in dieser Menge, auf die muss das zutreffen. Es kann aber genauso gut alle bedeuten. Und wenn ich sage, einige Frauen sind Menschen, dann sagen zwar manche Leute, ja, stimmt ja nicht so wirklich, weil alle Frauen sind Menschen. Aber deswegen ist die Aussage, einige Frauen sind Menschen, ja nicht weniger wahr. Es ist nur nicht ganz so schön sozusagen ausgedrückt. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Genau, einige A sind B, bedeutet nicht, dass auch einige A nicht B sind. Und zwar, einige Dackel sind Hunde, ja, stimmt. Man könnte sogar sagen, wieder alle Dackel sind Hunde. Aber einige Dackel sind keine Hunde, das ist falsch. Weil jeder Dackel ist ein Hund. Es gibt nur eben auch Hunde, die keinen Dackel sind. Wie gesagt, die Folie wird wieder online zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das Ganze auf YouTube nochmal etwas langsamer sehen. Wir müssen nur ein bisschen die Zeit im Auge behalten, deswegen gehe ich etwas schneller hier durch. Es ist wirklich an sich logisch, wenn man darüber nachdenkt. Bitte. Manche? Okay, die Frage ist nach manche. Ich lese oft manche in irgendwelchen Übungsmaterialien. Bei offiziellen Meta-T-Sachen sind die Aussagen aber immer alle, keine und einige. Manche würde ich persönlich synonym setzen mit einige. Aber ich würde mich da gar nicht zu sehr mit aufhalten, weil einige ist das, was offiziell vorkommt. Okay. Der nächste Teil sind so diese goldenen Regeln. Und ich weiß, dass einige Testübungshersteller ganze Tabellen und Listen erstellen, dass wenn die eine Prämisse keine ist, eine ist. Und die zweite ist einige sind keine. Da muss daraus immer dieser Schluss folgen. Es gibt Leute, die sich mit Implikationen schwer tun. Die lernen dann einfach stur diese Tabellen auswendig. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich machen. Ich bin nur der Meinung, dass man bei Meta-T schon genug Zeug lernen muss. Also der gesamte BMS-Teil, vor allen Dingen Physik, wo man irgendwelche Formeln drauf haben muss. Und dass man nicht unnötig etwas, was ich mir mit Logik erklären kann, auch noch sozusagen auswendig lernen muss. Jetzt hier aber bei diesem Beispiel. Keine Katze ist eine Maus und einige Mäuse sind keine Katzen. Der Hintergrund ist, wenn ich zwei verneinende Aussagen habe, dann kann ich keinen logischen Schluss daraus ziehen. Deswegen ist es immer die Antwortmöglichkeit E, wenn zwei verneinende Sätze auftauchen. Umgekehrt, wenn beide Aussagen, also beide Prämissen positiv sind, bejahend sind, alle sind zweimal oder in diesem Fall einige können fliegen, dann muss auch die Aussage positiv sein. Das heißt, es kann zumindest kein negativer Schluss daraus folgen. Es ist natürlich auch möglich, dass Antwortmöglichkeit E wieder richtig ist. E kann ja immer richtig sein, aber die Aussage muss an sich immer positiv sozusagen betont sein. Okay, sobald eine der beiden Prämissen verneint ist, also ich habe einmal, alle Eulen sind Vögel, positiv, und einige Eulen können nicht fliegen, dann muss auch die Aussage, die am Ende rauskommt, ebenfalls verneint sein. So kriege ich keinen bejahenden Schluss hin. Zum Beispiel, einige Vögel können eben nicht fliegen. Oder, haben wir gerade schon gesagt, Antwortmöglichkeit E, keine Aussage trifft zu. Gut. Das mit einige und einige nicht haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen, geben wir aber gleich sowieso noch drauf ein. Und genau, wenn beides sozusagen einige ist, dann lässt sich dort auch kein Schluss draus ziehen, weil ich nie weiß, wie diese beiden einige Kreise sozusagen in Verbindung stehen. Das heißt, wenn ich sage, einige Tiere sind Hunde und einige Hunde sind Dackel, dann kann es zwar sein, dass diese Dackel auch Tiere sind, aber es wäre theoretisch auch anders möglich, indem diese Schnittmenge eben außerhalb des Kreises existiert. Deswegen kann ich das nie mit Bestimmtheit sagen. Und wenn ich zweimal einige da stehen habe, kann ich immer sofort E ankreuzen, weil sich niemals ein logischer Schluss daraus ableiten lässt. So. Das ist im Prinzip nochmal die Umkehr. Das Ganze. Und hier haben wir nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Nämlich, dass einige eben die abgeschwächte Form von alle ist. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses, einige Menschen atmen Sauerstoff. Das ist eine richtige Aussage. Wenn ich sage, alle Menschen atmen Sauerstoff, dann fühlt die sich für uns an sich richtiger an, weil sie genauer ist. Aber was bei diesem Untertest Implikationen erkennen immer gesucht ist, ist die sogenannte One Best Answer. Also das, was am besten zutrifft auf das Ganze. Und ich habe das Ganze jetzt mal kurz an einem Beispiel beleuchtet. Und zwar haben wir jetzt zweimal dieselben beiden Prämissen, aber die Antwortmöglichkeiten ändern sich. Und zwar, alle Frauen sind Menschen und alle Menschen sind Säugetiere. Daraus folgt, was? B, alle Frauen sind Säugetiere. C, haben wir gerade gesagt, ist ja theoretisch auch richtig. Aber, da wir wissen, dass definitiv alle Frauen Säugetiere sind und das auch eine Antwortmöglichkeit ist, wählen wir es auch. Anders sieht es hier aus. Ich kann nochmal zurückgehen. Hier ändert sich nicht viel. Es ändert sich nur diese Antwort. Ich habe jetzt die Aussage, alle Frauen sind Säugetiere weggenommen. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Und in diesem Fall müsstet ihr eben dann auch die Antwort, einige Frauen sind Säugetiere nehmen. B hat sich jetzt leider gerade zurückgeändert. Wie ihr seht, wenn ich das markiere, das ist ein Fehler in der Folie. Also es geht darum, dass, wenn ich nicht die richtige alle Form habe, nehme ich die einige Form. Wie gesagt, geht das ruhig nochmal etwas langsamer durch. Wir haben hier nochmal so ein paar Skizzen davor. Ich kann sowieso jedem empfehlen, immer diese Kreisfiguren aufzuzeichnen. Mir hat das unglaublich geholfen. Andere können es auch ganz gut im Kopf. Aber es gibt auch manchmal schwierigere Aussagen und da ist so eine Kreisfigur immer ganz gut. Eben, alle A sind B. Das bedeutet, die eine Menge liegt immer in der anderen. Einige bedeutet, wie gesagt, sie können sich überschneiden. Sie können auch identisch sein. Man weiß es nicht genau. Deswegen mit Einige immer besonders vorsichtig sein. Kein A ist B. Relativ logisch, da überschneidet sich nichts. Wenn ich sage, einige A sind nicht B, ist es genau wie gerade im Prinzip. Nur genau umgekehrt. Einmal geht es hier sozusagen um die Menge, die sich überschneidet. Und hier geht es eben um die Menge, die sich eben nicht überschneidet. Aber wieder einige. Deswegen aufpassen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Beispiele. Können Sie euch einmal anschauen. Alle Fische sind Flossentiere, alle Wale sind Flossentiere. Generell also schon mal zwei positive Aussagen. Aber was uns hier auffällt, ist, dass die Fische und die Wale nicht in Relation gesetzt sind. Sondern beides bezieht sich auf die Flossentiere. Das heißt, wenn wir uns das aufzeichnen, dann sieht das so aus. Ich habe eine ganz große Menge von verschiedenen Flossentieren und sowohl die Wale als auch die Fische gehören dazu. Und dementsprechend kann ich jetzt zwar verschiedene Aussagen streichen, die dort stehen. Ich komme aber nicht auf irgendeinen logischen Zusammenhang zwischen diesen beiden anderen Kreisen. Und dementsprechend kriegen wir keine logische Schlussfolgerung dafür hin. Und ich müsste E wählen. Jetzt haben wir das nächste Beispiel. Ich würde euch auch immer empfehlen, wenn ihr etwas aufzeichnet, immer die alles oder keine Aussage zuerst aufzuzeichnen. Weil das, also für mich ist das immer etwas übersichtlicher. Weil die ziemlich logisch ist. Bei einigen gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, wie ich das aufzeichne. Alles oder keine ist immer nur eine Möglichkeit, die es gibt. Das heißt, wenn wir uns jetzt aufmalen, alles Obst ist ökologisch, haben wir den großen Kreis von ökologisch und Obst liegt eben drin. Und jetzt die Aussage, einiges vom Gesunden. Aussagen A, B und C können ausgeschlossen werden. Wir können nochmal zurückgehen und gucken, was da steht. Alles Gesunde ist ökologisch. Ne, nicht unbedingt, weil es nur einige ist. Einiges ökologische ist nicht gesund. Auch nicht. Eben aus dem genau umgekehrten Fall. Einige kann auch wieder heißen, dass dieser Kreis im Prinzip, der gesunde Kreis könnte theoretisch auch komplett im Obstkreis liegen. Wir wissen es aber eben nicht. Und dementsprechend bleibt nur die Aussage D als einzige Aussage, die logisch ist, übrig. Dann noch ein letztes Beispiel. Bevor wir hiermit fertig sind. Alle Tiere sind Lebewesen, würde ich persönlich wieder zuerst aufzeichnen. Weil das eindeutige. Und einige Tiere sind nicht Veganer. Wenn wir uns das Ganze aufzeichnen. Wenn wir uns das Ganze aufzeichnen. Alle Tiere sind Lebewesen. Und es gibt einige Tiere, die keine Veganer sind. Dementsprechend bleibt übrig. A, einige Lebewesen sind nicht Veganer. Wenn wir zurückgehen, schauen wir uns das an. Einige Lebewesen sind nicht Veganer. Nämlich hier genau diese Tiere, die sich eben nicht damit überschneiden. Wir sind jetzt hier ein bisschen durchgerusht aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich habe es trotzdem versucht, ein bisschen noch künstlichen Länge zu ziehen, damit ihr mehr Zeit bis zu der Merkfähigkeit Zeit habt. Denn wie der Till gerade schon gesagt hat, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Zeit zwischen diesen Untertests. Wie gesagt, wenn es euch schwer fällt, dann schaut es euch noch mal ganz in Ruhe an. Es ist wie gesagt relativ logisch, lässt sich gut trainieren. Und man kann dort relativ viele Punkte relativ einfach holen. Also, okay. Wünsche ich euch viel Spaß mit den Allergiausweisen. Danke, danke. Mal gucken, was ihr noch so drauf habt. Nicht böse gemeint. Kann mir jemand da die Antwort sagen? A. Wie habt ihr euch das gemerkt? Oder anders. Wie hast du dir diesen Namen gemerkt? Sie hat gesagt, sie hat sich die Person riesig gemacht. Witzig. Die Person ist 1,58 groß, nur so am Rande. Aber genau richtig. Klar, das war natürlich die Intention dahinter. Sorry, Julia. Ich bedanke mich übrigens kurz bei allen Models dafür. Genau. Ja, die Person ist riesig. Das ist in diesem Fall ein Name, den man fast im Ganzen nutzen kann. Man streicht das G weg und hat dann die Riesen da stehen. Ja, passt. Und ich meine Globuli, mal im Ernst, und Quark. Ja, das sind sehr prägnante Sachen. Und ich mache diese komischen Beispiele nicht, weil ich euch auf den Arm nehmen will oder so, sondern weil das sind Sachen Globuli. Da überlegt man, ein Bruchteil einer Sekunde hat, zack, ein Bild von dieser kleinen Fläschchen da im Kopf, mit diesen Perlen da drin und das sitzt. Also das ist was ganz Prägnantes. Gut. Weiß jemand von euch, was Amiodarone ist? Ne, er weiß es, angehbar. Gut. Ist überhaupt nicht schlimm. Okay, die Sache ist, das kann auch passieren. Da können Sachen drin vorkommen, die kennt ihr gar nicht. Irgendein blödes Medikament, das ich irgendwann jetzt mal gehört habe und mir irgendwo was runterforschen kann. Aber was man hier wieder machen kann, ist genau dasselbe wie bei den Namen. Teilt das auf. Ich habe leider vergessen hier, vielleicht kann man das in der Nachbearbeitung noch machen, ein Bild einzufügen. Aber wenn ihr mal nur die letzten drei Buchstaben von Amiodarone nehmt, und euch den besten Freund von Harry Potter vorstellt, ja, dann funktioniert das. So habe ich mir das gemerkt. Ron, ja, klingt blöd. Klingt ein bisschen weit hergeholt, aber so mache ich das. Und das funktioniert. Auf einmal ist da Ron Weasley, der eine Riesenangst vor Spinnen hat, und so, äh, da immer in die Kamera guckt, das klappt. Und daneben ist eine Katze. Wunderbar. Mrs. Norris. Gut. Nächstes. D. Genau. Kennt jemand den Sudan? Super. Habt ihr irgendein Assoziationsbild dazu schon gehabt? Wunderbar. Kommst du aus Wien? Okay. Perfekt. So, nicht anders. Und das nochmal hier, man sieht, es sind zwei Kombinationen, also es ist eine Kombination aus Blutgruppe, und am 13. März kann auch sein, dass da jetzt steht Blutgruppe A. Dann wäre keine Antwort richtig, weil die Person gibt es nicht. Hoppala, A, D, D, hatte ich nicht. Eins, zwei, drei. Okay, kann sein, dass da was fehlt. Ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, ich habe es ungefähr in dem Zeitraum, gemacht, eine Minute pro Karte, so wird es auch im Test sein, dass ihr allerdings acht Karten habt, ergo acht Minuten, und wenn man das gut trainiert, dann schafft man das auch schneller, sag ich mal. Also, dann hat man noch so ein paar Sekunden, wo man sich denkt, okay, kurz, schnell, abgehakt. Wichtig ist, dass man sich danach nicht mehr irgendwie verrückt macht, sondern das bleibt hängen. Man darf da nicht mehr drüber nachdenken, weil dann die anderen Untertests drankommen und die bitte nicht vernachlässigen, ja. Wir haben gerade gehört, die sind irgendwo logisch, ja. Und wenn man diese logischen Regeln befolgt, kriegt man da volle Punktzahl. Und dann hängt es aber von euch ab, ob ihr sagt, ja, ich habe das doch irgendwie noch im Kopf drin. Genau. Ich glaube, das wäre es so von meiner Seite aus, wie gesagt, die ganze Methode. Eine Frage noch, ja, bitte. Du meinst, die Frage war, ob nur die Zahl in der Mitte gefragt wird von den Ausweisen? Also, du meinst, wenn irgendwie fünfmal die sechs steht oder so, dass zwei Sechsen gefragt werden oder so was? Achso, dass es mit zwei, drei, fünf zum Beispiel anfängt. Ja, das kann, glaube ich, sein, aber nur, wenn es eindeutig ist. Sie hat gesagt, sie merkt sich immer nur die ersten zwei und die letzten zwei von den Zahlen und lässt sie in der Mitte aus und kann es sein, dass die gefragt werden. Ja, ich glaube schon, dass da eben die Frage kommen kann, mit welcher Zahl, mit welchen, oder welche Person hat die Nummer 1, 2, 3 sozusagen, kann passieren, würde ich jetzt nicht beschwören und ich glaube auch nicht, dass es, wenn es kommt, oft kommen wird, aber es kann sein. Ich fand es immer praktischer, sich das im Ganzen zu merken. Wie gesagt, eine Anleitung findet ihr im Skript, das wollte ich jetzt nicht hier aufgrund der Zeit alles reinhauen. Und ja, das wäre es von meiner Seite. Ihr könnt gleich mir noch ein paar Fragen stellen. Eine Sache noch an die Gemeinschaft, vielleicht sind ein paar von euch in diesen Facebook-Gruppen drin, die sind super für Infos, aber lasst euch bitte nicht verrückt machen von Leuten, die da irgendwie ganz viel reinschreiben. Ich sehe da Namen, die haben schon vor drei Jahren da reingeschrieben, wie man jetzt irgendwie eine Aufgabe löst. Und wenn ihr es bis heute nicht gelernt habt, nur Offense, dann wird da vielleicht auch nichts mehr raus. Aber Leute, lassen sich davon eben gern verrückt machen. Mein Rat an euch, tut das nicht. Gut, ja, wie gesagt, ich werde gleich noch da sein, falls ihr Fragen habt oder so und dann machen wir noch einmal weiter. Genau, das war die Lösung. mit der Wortflüssigkeit. So, da bin ich wieder. Wortflüssigkeit. Ein paar von euch haben schon ein bisschen geübt. Viele von euch haben vielleicht Angst davor. Funktioniert super mit üben. Also, man bekommt ein Anagramm von einem deutschen Hauptwort in der Einzahl. Singular. Und das wusste ich noch. Ja, es gilt den Anfangsbuchstaben des Wortes zu finden. So schauen auch die Antwortmöglichkeiten aus. Also es steht dann A bis E und dann steht Anfangsbuchstabe B, Anfangsbuchstabe F und so weiter. Und am Ende eben ist wieder keine richtig. Als E. Dialekte, also der Harald zum Beispiel, dürfte da keine Aufgaben stellen, weil die einfach verboten sind. Ja, und die Wörter werden im Nominativ genannt. Für die, die es vielleicht nicht wissen und das gestern Abend noch gegoogelt haben, was der Nominativ ist, so wie ich. Nominativ ist halt einfach der erste Fall. Keine Umlaute. Die werden zu A, E, O, E, U, E und so weiter. Keine Fremdwörter. Keine Eigennamen, kein scharfes S. Das wird zu Doppel-S. Keine Anglizismen. Classic. So. Weiß man, was das sein könnte? Bitte. Okay. Ja. Genau. Also Umlaute können drankommen, nur dass das im Wort dann als A, E steht. Also ihr habt es dann einfach quasi nicht vier Striche dort, sondern fünf mehr oder weniger. Okay. Du hast gelacht. Weißt du, was das sein könnte? Ja, wir sind uns selber nicht ganz einig. Einige von uns sagen, da kommt Spinne raus. Andere sind der Meinung, da ist ein N zu viel. Ja. Kann man jetzt sich selber denken, was das sein könnte. Zunächst mal überlegen, überfliegen, weil manchmal löst man sowas unbewusst. Und ja, das ist halt genau so ein Wort, das ich unterbewusst schon lösen würde. Mehr sage ich dazu jetzt eigentlich gar nicht. Ab in der Länge von zehn Buchstaben handelt es sich um ein zusammengesetztes Wort wie Zahnspange. Ja, weil es selten sind Wörter so lang, dass irgendwas ganz eigenes ist. Es gibt aber keine wirklich offizielle Maximalzahl von Buchstaben, die das sein könnte. Es gab auch mal Worte mit 14 Buchstaben. Es gab auch Worte wie Acrylfarbe oder sowas. Also es kann wirklich alles kommen. Markante Buchstaben kann man sich direkt anstreichen, weil dann hat man die schon einmal. Das ist oft eben wie am Beispiel Querulant, dass so ein markanter Buchstabe dann manchmal schon am Anfang stehen könnte. Buchstaben suchen, die zusammenstehen könnten. Ist relativ selbsterklärend. Das sind einfach so Sachen wie TZ, PH und so weiter, wo ihr einfach wisst, das könnte jetzt zusammengehören. Es ist aber mit CK, SCH und so weiter, oder ST, das muss einfach auch nicht sein. Also probiert es einmal zusammengehörig, und wenn ihr auf keinen Nenner kommt, dann probiert es einmal extra. Was auch ein ganz guter Tipp ist, schreibt euch die Buchstaben, wenn ihr einfach gar nicht drauf kommt, einfach noch einmal extra hin. Also selber zum Beispiel in einer Wolke, haben sich viele dann aufgeschrieben. Oder einfach überhaupt in einer anderen Reihenfolge, weil vielleicht seht ihr es irgendwie ganz anders, wenn es in einer anderen Reihenfolge dasteht. Suffixe sind Endsilben. Das habe ich nicht googeln müssen, weil ich schon da stand. Ja, sowas, wenn ihr diese Buchstabenkombinationen findet, dann könnt ihr euch relativ einfach das einmal ans Ende schreiben, und dann sucht ihr schon unterbewusst eigentlich nach Wörtern, die so enden könnten. Und vielleicht findet ihr dann einfach auch eins. Genau. Wer von euch weiß, was Vokale sind? Nein, ich habe es nicht googeln müssen, weil das hat mir der Till gesagt. A, E, I, O, U. Und da ist einfach ein Wechsel aus Vokalen und Konsonanten, kommt einfach relativ oft vor, eben. An, T, Ma, T, Rie. So. Jeden Tag üben. Ich persönlich habe das damals, fand ich, eigentlich ganz gescheit gemacht. Ich habe eigentlich den ganzen Tag gelernt und dann am Abend habe ich mir noch mit einer Bekannten einfach gegenseitig uns zehn Beispiele geschickt, die wir erstellt haben und einfach in der vorgegebenen Zeit, die man hat, haben wir versucht, die zu lösen und dann halt einfach, ja, am Ende, wo das Hirn-E noch nur noch so ein bisschen am Matsch ist, kann man das auch noch machen. Intuition wird besser. Also, wenn ihr die, wenn ihr die Worte alle überfliegt einmal, dann findet ihr vielleicht schon einmal gleich mehr. Also, wie gesagt, Üben ist echt super. Ich habe am Ende schon vier, fünf geschafft. Scrabble spielen sowieso. Auf jeden Fall. Ist an sich ganz witzig und da findet ihr einfach Wörter heraus und Buchstabenkombinationen, die euch definitiv was bringen könnten. So. Versuchen wir einmal was. Schreibt euch die einfach auf und so in ein paar Minuten werden wir das dann einmal durchgehen. Und dann, bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich würde sagen, eine Minute machen wir das nochmal, sonst wird es ein bisschen lang. Vielen Dank. Stopp. Mit AT-Feeling. Gut, wer von euch hat denn schon was gefunden? Koffer ist gut, bitte. Ja, fast. Anfangsbuchstabe stimmt, aber das Wort ist was anderes. Versagen, ja. Bitte. Bitte. Schauen wir es uns so an. Trompete, Aufnahmetest, Versagen, Koffer, Kieferwinkel, Ausschreibung und Prinzessin. Aber hey, der Anfangsbuchstabe hätte gestimmt, also... So, dann gebe ich einmal weiter. Von mir war es das jetzt eigentlich auch. So, hallo, ich bin die Emily, ich studiere im ersten Jahr Zahnmedizin und gehe jetzt mit euch noch ein bisschen was zu den sozialen, emotionalen Kompetenzen durch. Also, zuallererst, es zählt nur 10%, aber es ist natürlich auch wichtig, weil gerade so, wenn es um ein paar Punkte geht, noch, dass man reinrutscht oder nicht, ist das schon ganz gut, wenn man da bei den Emotionen und sozialen Entscheiden auch ein bisschen was erreicht hat. Und gerade beim sozialen Entscheiden, weil es da auch halbe Punkte oder, genau, so Viertelpunkte gibt und sowas. Und das kann schon den Unterschied bedeuten zwischen reinkommen und nicht reinkommen. Ihr habt, es kommt ganz am Ende des Tests und ihr habt pro Untertest 15 Minuten Zeit, in denen ihr 10 Aufgaben bearbeiten müsst. Genau, das soziale Entscheiden, eben 10 Aufgaben in 15 Minuten. Es ist nicht jetzt so dieses typische Multiple Choice, ihr habt eine Situationsbeschreibung und dazu 5 Überlegungen, die ihr rein müsst, nämlich nach der, am ethischen Korrekt, Korrektnis. Und wie gesagt, bei diesem Test kann man auch Teilpunkte erreichen. Ganz wichtig ist eben hier, dass ihr das auch richtig ausfüllt. Eben A, wenn das jetzt an moralisch an erster Stelle steht, dann müsst ihr das bei 1. Wenn jetzt B an der zweiten Stelle steht, bei 2 genauso ausfüllen. Und wenn zum Beispiel 2, also wenn ihr jetzt zum Beispiel statt B an zweiter Stelle, B an dritter Stelle und C an zweiter Stelle, dann kriegt ihr immer noch 0,6 Punkte, weil ihr eben nur die zwei falsch gemacht habt. Aber wenn ihr natürlich jetzt das wirklich falsch ausfüllt, so dass ihr 1 auslässt, eine Spalte oder eine Reihe unter 2 hinschreibt, dann kriegt ihr die ganze Aufgabe mit 0 bewertet. Und das passiert doch öfters, als man denkt. Also wirklich aufpassen. Ich meine, hier sieht man es jetzt schön, aber wenn man dann irgendwie so ausfüllt, dass A 5 ist und B 1 und C 4, dann kann man sich das schon in der Spalte oder in der Reihe irren. Und schaut einfach, dass euch das nicht passiert, weil das wäre dann halt sehr ärgerlich. Genau. Genau, was ist jetzt ethisch an erster Stelle? Man kann das jetzt nicht so nach seinem eigenen Moralgefühl beantworten. Es wird nach einer, nach der Kohlberg-Theorie der Moralentwicklung, das ist die Theorie dahinter, die könnt ihr euch anschauen im Internet. Ich habe sie jetzt umgedreht, das ist normalerweise 6, das universal ethischste Prinzip und 1, der eigenen Nachteil. Aber ich habe es jetzt umgedreht, weil eben bei mir da die so ist, dass an erster Stufe das universal ethische Prinzip und so runter das geordnet werden muss. Genau. Man kann sagen, 1 und 2 ist so ein Grundsatzmoral. Also, 1 ist meistens so, dass da halt jemand anderer einen Nachteil davon hat. 2 ist so unser gesellschaftlicher Sozialvertrag. Also, was hat mir meine Mutter gelehrt oder sowas steht da häufig. An dritter Stelle ist Gesetz und Ordnung. Also, da gibt es meistens so ein, was sagt das Gesetz, was man machen darf und was nicht. 4 ist die Erwartung von anderer. Also, was würden andere machen oder andere von mir erwarten, dass ich es tue. An fünfter Stelle kommt der eigene Vorteil. Und ganz zum Schluss, am Schluss, der eigene Nachteil. Und tut es halt immer wirklich so nach dem, weil auch wenn ihr denkt, das würde ich jetzt machen und das fände ich am ethisch korrektesten, dann ist das oft nicht so, sondern es geht halt wirklich nach diesem Prinzip. Und was man auch noch dazu sagen muss, bei Meda-T gibt es eben nur 5. 5, die man zuordnen muss, das heißt, 1 von diesen Stufen fällt immer weg. Genau, gibt es dazu mal Fragen? Dann beginnen wir gleich mit einem Beispiel. Ihr könnt es euch mal durchlesen. Und das müsst ihr eben jetzt zuordnen. Weischt jemand, was an erster Stelle kommt? B, ja genau, damit niemand anderes beschuldigt wird, weil eben jemand anderem damit Unrecht getan wird. Was würde an zweiter Stelle kommen? Genau, was haben mich meine Eltern gelehrt? Was würde an dritter Stelle kommen? Wie? Genau, was würden andere an meiner Stelle tun? An vierter Stelle D, genau, was ist der Vorteil für mich? Und C dann, was ist der Nachteil für mich? Und so sieht es dann aus, wenn man das richtig ausfüllt. Gut, nächstes Beispiel. Okay. 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 Das ist jetzt schon ein bisschen ein schwierigeres Beispiel. Weiß jemand schon, was an erster Stelle kommt? C. Genau, ja. Weil man sich auf die Arbeit einer anderen Person verlassen könnte, damit niemand darunter leidet. Was kommt an zweiter Stelle? A, habe ich da gehört? Ja, genau. Es soll ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen. An dritter Stelle. Was? D. Genau, was würden andere an meiner Stelle tun? Würden sie auch kündigen? Vierte Stelle. B. Genau, B. Kein unangenehmes Gespräch. Also was Gutes für mich, weil ich muss es dann nicht tun. Und E für mich von Nachteil. Und ein drittes Beispiel noch. Okay. Und die Antworten. Da ist schon jemand, was an erster Stelle kommt. Was? B, D, was soll ich? E? Genau, ja. Ich muss sagen, da habe ich mir selber urschwer getan. Darum habe ich es jetzt auch reingegeben, weil ich mir gedacht habe, würde ich durch meine schlechte Verfassung Fehler machen. Und das denke ich mir, ist ja urschlecht, aber es ist ja wieder eigentlich das Letzte, weil es ist das Negative für mich. Genau, es ist eben E, das Erste. Was ist an zweiter Stelle? C, genau. An dritter Stelle? A, ja genau. An vierter Stelle? D und an fünfter Stelle B. Genau. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Unklarheiten? Gut, dann gehen wir zu Emotionen erkennen. Es sind wieder Aufgaben in 15 Minuten. Und diesmal haben wir eine Situation und man muss eben die Emotionen, die dieser Mensch in dem Moment hat, beurteilen, ob er die hat, ob das eher wahrscheinlich ist oder eher unwahrscheinlich. Das Problem ist, dass man sich da oft selbst hineinversetzt und sich denkt, wie würde ich mich da jetzt fühlen? Und genau das darf man nicht tun. Es ist halt wie bei Textverständnis, dass man halt wirklich nur das verwendet, was im Text drinnen steht und nicht selber da irgendwelche Emotionen hineininterpretiert. Wieder richtiges Ausfüllen. Hier ist es halt wirklich so, wenn ihr eins falsch macht, dann ist das Ganze falsch. Und nicht falsch ausfüllen, also nicht zwei Kreuzer machen, nebeneinander oder gar nichts ausfüllen, weil das würde dann auch null Punkte sein. Gut, dann beginnen wir gleich mit dem ersten. Okay, wie fühlt sich Manfred? Das ist die große Frage. Was glaubt ihr? Ist er verwirrt? Wer würde sagen, dass er verwirrt ist? Niemand. Genau, weil warum sollte er verwirrt sein? Wer spielt der Lotto, damit er was gewinnt? Also das wäre unlogisch. Ist er überrascht? Ja, genau. Ist er dankbar? Nein, weil wem soll er dankbar sein? Er spielt selber Lotto. Also, ist er interessiert? Nein, das ist sowas, was gar nicht reinpasst. Und freut sich, ja, das war jetzt mal was Einfaches. Jetzt kommt was Schwierigeres. Okay. Gut, was denkt ihr euch? Ist sie verärgert? Nein? Da ist immer so eine Sache, so Ärger. Was bedeutet das überhaupt? Ich meine, auf wen könnte sie denn ärgerlich sein, dass die Tante verstorben ist? Da kann die Tante ja auch nichts jetzt dafür auf sich selber. Naja, sie hat sich irgendwie nicht überwunden können. Es ist jetzt nicht eindeutig herauszulesen, dass sie verärgert ist. Fühlt sie sich schuldig? Ja, schon eher, weil die hat ja eben so viel Geld gegeben. Und, genau. Ist sie erleichtert? Nein, weil das wäre schon ziemlich schlimm, wenn sie erleichtert wäre, dass ihre Tante gestorben ist. Ist sie traurig? Ja? Und ist sie enttäuscht? Nein, das passt auch wieder nicht, weil man enttäuscht, dass sie jetzt früher gestorben ist. Man könnte es irgendwie reininterpretieren, aber es war schon abzusehen, dass sie stirbt. Also, genau. Ich habe mir da immer ganz gut getan, dass ich halt, ich habe es jetzt bei Google gesucht. So gerade bei Emotionen, wo ich mir nicht sicher war, was das jetzt bedeutet. Ob ich da jetzt vielleicht doch was Falsches interpretiere, mir das rauszusuchen und kurz durchzulesen und auch Beispiele damit zu machen. Ja? Entschuldigung? Gibt es negative Überraschungen? War die Frage. Also, ja, ich glaube schon auch. Aber ich würde es auch, schaue im Duden nach oder google es mal. Es ist immer so schwierig. Ich kann es jetzt auch nicht auswendig sagen. Ja, es gibt, ja, na dann, es gibt auch negative Überraschungen. Ja? Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Ich habe auch eine andere, also es war die Frage jetzt, ob durch diese Definition jetzt bei dem Beispiel doch Ärger möglich wäre. Ähm, ja, das stimmt. Ich habe noch eine andere Definition von, ich habe mehrere gelesen damals halt, dass man auf jemanden oder etwas ärgerlich ist. Und sie hat sich eben schwer getan dabei, darum, ich glaube eher, dass sie sich schuldig fühlt. Und das ist fast so ähnlich, finde ich, bei dem Beispiel jetzt. Naja, Enttäuschung, ja, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Es gibt dafür jetzt auch keine, für die Emotionen auch kein Ja oder Nein. Es ist eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich. Bei dem Beispiel ist es jetzt eher unwahrscheinlich, dass sie sich ärgert, sondern eher, dass sie enttäuscht und traurig ist. Gut, ein Beispiel gibt es noch, falls ihr noch Lust habt. Genau, also wie fühlt sich Max? Ärgert er sich? Ja, diesmal, der Computer, ich meine, da kann er nichts dafür. Fühlt er sich schuldig? Nein. Hat er Angst? Ah, da gibt es wieder so, hm. In dem Fall, ja, hat er Angst, dass er eben den Aufnahmetest nicht schafft. Dadurch. Hm? Besorgt. Es ist auch besorgt, da jetzt sind beide. Und ist er zuversichtlich? Nein, das passt ja zu dem Beispiel nicht. Genau. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich halte euch allen die Daumen. Lasst euch nicht stressen. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr gerne hier runterkommen. Ansonsten, danke, dass ihr hier wart und viel Erfolg dann nächsten Monat. Ciao.